Was spiele ich für einen Schwachsinn? Das, was du ausgewählt hast. Geht es hier unten noch weiter? Ja. Ich nehme den Stuhl mit. Ich fange jetzt hier an, um das Zeug zu sammeln. Upgrade nehme ich mit. Ich mache die Musik. Ich habe jetzt 20 Drawing Dart. Ich kann Dartpfeile werfen. Cool. Hier, guck. Äh, das ist Munition. Die würde ich erst mal nicht missbrauchen. Da unten sind ein Haufen Gegner, die gerade auf uns zukommen. Ich stoppe mich durch. Ich bin tot. Ja, keine Sorge, ich One-Shot-D. Oh, man kann das skippen. Ja, kann man. So, dann würde ich mal sagen, mache ich mal folgendes. Ähm, wo haben wir denn das Zelt? Da haben wir das Zelt. Wir haben doch hier genügend Zelte. Warum brauchst du hier noch ein anderes Zelt? Das kann ich hier nicht platzieren. Guck mal, wir haben doch hier ein Zelt, da ein Zelt. Oh, lol, ich habe hier ein Zelt. Das hat aber lange gedauert. Das ist eigentlich mal. Ich auch. Ähm, habe hier in der Zwischenzeit noch was zu essen da? Ich habe massenweise Essen da. Oh, jetzt rein. Oh, warte, Moment. Ich habe auch First Aid-Zeug dabei. Ich nicht. Ich bin gerade gestorben. Ich habe nichts dabei. Doch die Darts habe ich noch mit dabei. Noch ein Upgrade. Ich habe drei Upgrades. Eins ist oben auf dem Schiff noch. Nice. Komm mal hierher. Hier ist so ein CSF hier. Äh, Moment. Ich loote die Kisten alle. Hier ist First Aid-Zeug. Ich habe es dann einigen. Das dauert nur zwei Minuten, bis du den hast. Ja, gut. Ich baue halt hier die Kisten ab, ne? Wir brauchen der Fall. Irgendwann, wenn du irgendwo Fackeln findest, das ist wie eine tolle Sache. Ich habe überall hier Lampen. Wir haben Lagerfeuer. Ich bin tot. Äh, wo bist du lang? Unten oder oben? Ich bin runtergegangen. Unten links. Alles klar. Wer es neu und wo Zeug liegt. Ich hatte eh kein Zeug mit. Trommel. Ich will mal hören, wie das hier klingt. Ey, das gibt's hier noch. Für Lisa. Ich hab nur Leben. So. Oh. Das wissen wir noch nicht verraten, dass das für Lisa ist. Hm? Die Trommel macht irgendwas, aber nicht das Lied spielen. Die Trommel macht irgendwas, aber nicht das Lied spielen. Die würden anders ein Instrument. Irgendwann finden wir eins. Die Lieder klingen alle auf jedem Instrument gleich. So viel kann ich dir schon mal sagen. Meins spielt kein Lieder. Es macht nur random Instrument Sounds. Die Trommel. 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 Ich hab nur welche mitgenommen. Ich hab Lampen mitgenommen. Ich kann bestimmt fucking craften, oder? Oh, ich kann ein Crafting Table machen. Jawoll. Ein Crafting Table. Das wär gut. Und das ist jetzt die Jingle. Ich mach mal Jingle Bass an. So, und 8 Fackeln mach ich mal. Ah doch, jetzt so ist es ein bisschen. Kannst du noch mal mit dazu spielen? Moment. Oh, Fackeln. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab grad Fackeln gemacht. Nice. Hier kann ich... Die Trommel ist ja nur noch unterstützend. Hier kann ich... Oh, wie greift dich grad immer an? Der Fliedermose nervt sich, wenn ich die so schwer erwischen kann. Ich will mal hören, wie... Ich will mal hören, wie die Musikinstrumente gemeinsam klicken. Na gut, sag mir mal, welches Lied du willst. Ähm... Wär's mit... Für diese. Alles klar, Moment. 3, 2, 1... Und Start. Ah, okay. Klingt scheiße. Meinst du es gut? Okay, die klingt doch nicht überall gleich. Ah, ich... Mein Herz unterstützt das andere. So ein bisschen im Rhythmus. Oh, Pickaxe! Oh. Aber wir haben unser Waffentool. Wir haben das. Wurz brauchen wir eine Pickaxe. Wozu nicht? Das wird ne Waffe sein. Wir haben doch schon hier ne... Das Ding. Oh. Autsch. Hier ist noch so ein Viech. Besieg du mal das Viech. Ich weiß. Das ist echt robust. Du kannst auch kämpfen. Ja, ich hab schon zig davon besiegt. Ich will dich mal lassen. Ja, schön. Ich auch. Das dauert echt viel. Das dauert echt lange. Das dauert echt lange. Zu besiegen. Ja, es dauert ganze 4 Schläge. Ja, bei mir fast 12. 12 und 13. Du hast ja auch ein Dolch. Du wolltest noch schnell angreifen. Und wenig Schaden machen. Au. Hier könnte man tauchen. Das können wir aber noch nicht. Hier kann man sich heilen. Nicht, ich kann tauchen. Da bin ich durch. Au. Ja. Du hast aber auch einen Fisch. Fisch besiegt. Die können wir durch. So. Hauen wir mal den Käfer weg. Hey. Äh. Wieso bist du eigentlich getaucht? Du kannst Dinge abbauen. Ja. Diese Möglichkeit besteht. Ein bisschen Erfrischung. Du bist ein Roboter. Ja. Kleines Ölbad. Du bist eine Flamme. Machschwungblöcke? Bist du eigentlich? Du bist doch eigentlich Flammenviech. Oder? Warum? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht was das hier ist. Warum gehst du nicht? Warum löscht du nicht? Ich halte dich nicht im Wasser. Ich glaube das ist eher so ein Androiden Ding oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Android bin ich hier. Nein. Du bist ein Roboter. Das ist ein Unterschied. Ach ja. Stimmt. Du hast die Automata nicht. Ich habe Kisten. Ja. Die habe ich dir vorhin abgebaut. Da habe ich Blöcke. Ich habe 40 von dem Zeug hier. Schön wie die Musik aufhört wenn man unter Wasser ist. So ein kurz leiser Dumpf wird. Okay. Ich glaube hier ist die Musik aufhört wenn man unter Wasser ist. Das ist nur noch ein großer Raum aber nichts weiter. Ist denn was drunter? Ist denn was drunter? Kann man hier mit ein paar Fackeln nicht? Die werden ein paar Fackeln cool. Die kannst du craften jederzeit. Wo? Im Crafting Menü. Wir haben ein Crafting Menü. Das ist ein Survival Craft Spiel. Ja du hast ein Crafting Menü. Und wo habe ich ein Crafting Menü? Der Schraubendreher. Äh Schraubenzieher. Schraubenschlüssel. Mann. Rechts. Rechts. Oh. Hier. Crafting. Ich habe nicht das Zeug für eine Fackel. Ich glaube richtig. Cool und. Ich habe nichts. Oh nein. Ich muss gerade hier drüben ein bisschen abbauen. Ich habe gerade aus Versehen Kisten verschüttet. Du meinst du? Wir haben hier gleich die Welt fertig oder was? Äh ne. Oh ich habe Molotow Cocktails und Bomben. Nice. Nimm mit. Diese Art Waffen sollte man mir nicht geben. Und ich habe ein Upgrade gefunden. Ich glaube wir können gleich zum Sternenportal wenn wir. Wenn ich wüsste wo. Ach ja. Wir könnten einfach den Planeten wechseln dann. An der Oberfläche. Ja. Ich habe hier keins an der Oberfläche bei mir. Noch ein Upgrade. Ja. Ich habe. Weiß es geht alles abgesucht. Ich habe hier keine. Okay und wie machen wir es dann? Ich würde sagen. Du stirbst. Ich porte mich zu dir. Wollen wir Sternportal jetzt machen oder? Aber du hast ja keins auf deiner Insel. Ja ich weiß. Du stirbst. Ich porte mich zu dir auf deine Welt. Wir wissen wo eins ist. Okay. Okay. Beam down. Gott. Okay jetzt bin ich auf Terminus drin. Ah ja hier das ist meine Welt. Ja. Ich habe gerade einen Triple Kill gemacht. Wenn du dich zu mir portest dann sind wir hier. Würde ich. Ich muss nur einmal ganz kurz First Aid Zeug nehmen. Ich werde hier von solchen fliegenden Viechern angegriffen. Ach du auch. Mensch. Nur im Gegensatz zu dir darf ich jetzt gerade nicht sterben. Weil ich unser ganzes Zeug habe. Ich bin schon mal am Sternenportal. Alles klar. Ich komme in einer Minute. Ich komme nämlich jetzt gerade nicht zum Schiff hoch. Hier 0 von 20. 20 Fragmente brauchen wir dafür. Wie viel hast du? Easy. Ich habe glaube ich 35 oder so. So. Ancient Gate Console. Ja genau hier. Hier haben wir es für die drauflegen. Wie romantisch. Keine Ahnung ich bin hier gerade in der Höhle und versuche rauszukommen. Ah. Ich bin hoch genug dass ich mich gleich porten kann. Ja. Ja. Beam ab. Wie so ein Viech. Kannst du dich einfach zu mir porten dann bist du direkt am Portal. Ja ja. Mach ich gerade. Nice. Activate. Oh. Nice. Wir könnten jetzt jederzeit hier hin. Wollen wir erstmal diese Welt hier erkunden oder? Ja die haben wir noch nicht erkundet. Ist das vielleicht ein bisschen nervig? Ja. Weißt du was wir porten uns jetzt einfach habe ich entschieden. Wir müssen diese Welt noch erkunden. Wir können ja jederzeit zurück das ist dein Startbild. Oh das sieht cool aus. Ich glaube das hier ist der Hub oder so. Okay. Wow. Sieht ein schlechter aus. Hier ist Messages. Oh. Was? Oh. Hier ist ein äh. Ein Job. Für die TX Chris. Kannst du was kaufen für Geld. Es ist der Hub. Flare. Flare kannst du kaufen. Ja. Es ist tatsächlich die Hubwelt. Cool. Geh mal einkaufen. Ich rede mit den Leuten. Kann ich dir so ein Liquid können. Kann ich noch kaufen. Red. Red Apple. Ich habe Apfel gekauft. Ich sitze auf einer Parkbank. Warte, warte, warte. Ich komme zu dir. Ja. Warum habe ich überhaupt in. Wann habe ich eigentlich einen Schutzhelm gefunden. Ist die Musik nicht romantisch? Nein. Ich glaube das hier ist das Zeug was du tatsächlich aufbauen musst oder sowas. Das sieht doch geil aus hier oder? Das ist ein Frischmank. 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 Ah. Hier ist die mysteriöse Message. Das will enable the user to thrift the dash from one point to accept. Okay. Und nun? Wir haben Kupferbarren oder so. Irgendwas ist meine Ability to Crash. Irgendwas habe ich da gerade gekriegt. Weapon Chest habe ich. Cool. Also ich glaube wir haben hier jetzt so eine Art Quest. Oder ist es das hier was wir machen müssen? Lost Teddy. Get a good teddy bear? Haben wir angenommen. Ja. Ich auch. Ich kann Kupferbarren irgendwie kriegen. Kupferbarren steht oder irgendwas? Hier ist ein Computer. Ich habe die Kupferbarren eingeschaltet. Oh Pinguin. Ich bin verwirrt von dem was wir hier tun müssen. Ehrlich gesagt. Ich bin verwirrt von dem was ich hier sehe. Geh mal hier runter. Beziehungsweise versuche es. Oh. Das ist der Pinguin. Wer bist du? Auto Chip. Das ist der Pinguin. Das ist der Pinguin. Das ist der Pinguin. Komm mal runter. Was? Ich bin gestorben? Der Pinguin hat ein Labor hier. Oh hier kann man das schmieden. Hier ist eine Schmiede. Morty. Mit Eisen kann man dann eventuell sich irgendwas schmieden. Ja. Ich bin anscheinend gerade irgendwie irgendwo da gestorben. Aha. What the fuck. Hier unten gibt es schon mal eine Bar. Hier ist eine Bar. Hä? Habe ich mein Zeug noch? Ich habe mein Zeug noch? Was? Hier ist eine Pinguin. Eine von der Pinguin geleitete Bar. Mit einem Spielkartentisch. Mit einem Kick. Mit einem Retro Arcade Automaten. Und. Komm mal hier. Wo bist du denn überhaupt? Hier unten. Komm hier. Du bist gerade dran vorbei gelaufen. Da unten. Hier. Ist mega cool da unten. Ah. Er hat die Quest. Mensch. Das ist ein Pinguin Barmann. Dreadwing. Hast du eine Fackel? Kannst du mal hier eine Fackel aufstellen? Hier. Hier ist ziemlich dunkel. Hm. Ja das ist die dunkle Ecke in der Bar. Die kennt man. Das ist hoch gebotet. Das ist gerade hoch gebotet. Ähm. Ich glaube ich bin gerade aus Versehen in einem Bosskampf. geportet. Ich bin mal wieder weg. Also sah das aus. Ich habe einfach irgendwas gedrückt und bin dann im Bosskampf geblendet. Okay. Hier ist aber noch. Hier ist glaube ich noch ein anderes Ancient Portal. Ja. Ja tatsächlich. Hier ist sowas. Ich sitze in einer dunklen Ecke. Ach das. Hier warst du wahrscheinlich schon. Genießt den Tag in der Bar. Zeugen dann und erkunden wir mal deine Welt weiter oder? Ich habe gerade noch eine Pinguin-Feste aber akzeptiert. Oh. Und ich bin gerade in die Zwischensequenz gegangen. Es gibt die Zwischensequenz? Nee. Bist du auf der Welt zurück oder? Nein. Ich. Also ich bin oben wieder. Ich bin ganz nach rechts gegangen. Ich habe jetzt hier eine alte Frau in dem Rollstuhl. Die mit Baby. Wo zum Hänger bist du? Ganz rechts. Auf dem Outpost. Ich bin jetzt hier noch bei dem Shopding und bei dem. Einfach nach rechts gehen weiter. Hier ist so ein. Ist so ein Tempel? Ist das richtig schön? Also weiter gehen. Wie kann man sie spawnen? Immer weiter gehen. Willst du zum Outpost gehen? Oder? Immer weiter nach rechts. Okay. Oh Gott. Das ist eine aufwendige Zwischensequenz. Bist du jetzt auch bei Ester? Oder? Ich habe hier solche leuchtenden. Bei Zeichen. Ah hier. Das Tesla. Du bist Tesla. Ach so. Ja natürlich. Oh. Hello dear. Ist der jetzt Meta Manipulator? Ja wie gesagt. Esther Bright, ne? Die Zwischensequenz habe ich gerade. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Musst du nicht. Okay. Muss ja auch das klicken. Nein. Und die kannst du auch nicht skippen. Es hat viel Spaß. Esther Bright. Hat dann wahrscheinlich eine Quest für uns. Das ist die Hauptquest. Ich bin aus Versehen in die Story gerannt. Aha. Sicher, dass wir die machen wollen? Ja. Wir wollten eigentlich nur die Hauptstory durchmachen und dann eventuell weiterspielen. wenn es Spaß macht. Mhm. Wir müssen sechs Artefakte finden. Die überhaupt nicht aussehen, als würden sie auf einen großen goldenen Handschuh passen und die Hälfte der Menschheit auslöschen. Aha. Sie ist Thanos verkleidet. Es ist als Dame. Das wäre mal ein Twist gewesen. Ich habe hier gerade so eine riesige, aufwändige... Ach das, was du vorhin hattest, wahrscheinlich das mit dem... So ein Roboter, der gegen den Kraken kämpft. Ja, aus der Sequenz bin ich jetzt gerade rausgegangen. Ich bin auch drin. Mit spannender Musik. In dem Text wird es erklärt und dickst... Nicht mir gerade nicht durchlesen... Oha. Ah ja, die Thanos. Die Thanos-Kristalle. Ich sehe sie gerade auch. Ja. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Äää... Ääää... Machen wir mal ein bisschen Musik an hier. Ich habe hier Musik. Spannende Zwischenmusik. Zwischen-Sequenz-Musik. Ich mache die bessere Musik hier. Hm, Stille. Nur Modiske-Clicker. Ah, jetzt bin ich hier raus. Was spielst du? Such dir einfach irgendwas aus, mal sehen wie es klingt. Nimmst du noch die zwei Questen von ihr? Oha, okay. Accept. Ergungserfreschheit, der Wanderer. Wo bist du? Ich lauf zum Pinguin, Pete. Nach links, oder? Zum Outpost. Ich bin hier bei dem... Und ich hämere den Boden währenddessen. Weil ich es kann. Ah, das hier müsste sein. Ich porte mich zu dir. Ah. Äh, Vision obtained. Warte, jetzt komm mal. Er ist ein Schiff-Computer. Geht auch nicht ohne mich. Au. Wie ist der gerade erst abgestorben? Er ist von der Erkitos Crystal Mining Factory. Okay, cool. Sollen wir zum Outpost jetzt? Jetzt können wir irgendwie... Ich spiele, glaube ich, gerade die Story allein durch, während du verwirrt durch die Gegend läufst. Ich versuche mich zu dir zu spawnen, aber du bist nicht da. Wo Svenka bist du? Ich bin hier bei dem alten Mann und dem Pinguin. Oh, null. Äh, ich... Cool, äh, red mal mit dem alten Mann. Ich bin gerade, glaube ich, woanders hingeportet schon. Ich bin auf der Erkitos Mining Facility. Ah, okay, Mission obtained. Ja. Äh, ich glaube, jetzt an dem Punkt kannst du einfach zu mir porten. Äh, ja. Geht jetzt hier auch nicht. Sei nicht der, aber... Erstmal zum Schiff zurück. Kannst du doch oben mit Beam-Up. Ach so. Auf mein dreckiges Raumschiff. Zum Outpost jetzt, oder? Äh, ich... Ich gehe erstmal zurück auf mein Schiff. Ich packe mal eben die wichtigen Sachen in. Ich mach das. Ich dauert verlieren. Tag, Sven. Oh, Flashlight, cool. Äh, so, was ist das wichtige Zeug? Das wichtige Zeug waren einmal die Dinger hier. Das wichtige Zeug waren... Vanim Sample. Das könnte man brauchen. Und das wichtige Ding war... Hier noch irgendwas hier. Ja, die Upgrades. Wir haben übrigens jetzt sechs Upgrades hier. Ich hab keine Ahnung, wie wir die benutzen, aber... Okay. Die bräuchte ich eher auf meinem Schiff. Mein Schiff muss größer werden. Ja, Moment, Moment. Ich hab hier... Ich hab hier eine Lootbox bekommen. Okay. Drei, zwei, eins. Und was hast du bekommen? Warte mal, was ich bekomme. Eine Fache? Eine Upgrade. Nice. Das fucking Ding's Upgrade. Wir haben jetzt sieben Stück davon. Ich weiß nicht, ob wir die benutzen. Ist ja fantastisch. Ja, wenn du es herausfindest... Ich brauch mal ein paar Upgrades für mein Schiff. Ich glaub, wir nehmen eh als hauptsächliches Ding meins. Äh, Molotov pack ich mir mal hier hin. Das könnte nützlich werden. Warum pack ich mir auch mal da hin? Das könnte nützlich werden. Broken Broad Sword. Ach ja, das war das Standard-Ding. Äh, cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Mining Facility. Oder? Ja, lange kann ich... Lange will ich heute nicht mehr machen. Ja, ich... Ich geh jetzt mal... Ich guck mir erst... Nicht zum Outpost. Wir haben hier einen Outpost. Da. Äh, ja. Das war das, wo wir gerade waren. Ich mach jetzt die Vision. Ich folge dir. Oha. So, jetzt ist die Frage. Können wir es abbauen? Nein, wir können den Outpost nicht abbauen, Schade. Natürlich nicht. Aber was ist hier los? Da ist Alarm drin. Ja, wir werden es jetzt gleich rausfinden. Alarm ist nicht mehr an. Ich bin den Alarm ausgestaltet. Aber Lichter können wir anmachen. Ah, ich hab den Alarm wieder eingeschaltet. Mordi. Gute Arbeit. Ordnung muss sein. Können wir den Mülleimer mitnehmen. Können wir nichts looten, verdammt. Aber ich kann duschen gehen. Warte. Äh, nee, kacken. Ich bin grad kacken. So, ich habe ihn kackt. Setz dich mit dazu. Komm, kacken. Auf welchen bist du? Auf dem linken. Oh, nice. Wir sind beide auf einem. Mein Helm sieht man. Ja, ich war auf dem rechten. Ich glaube, wir sind hier komplett under-equipped. Oder? Auf jeden Fall haben wir mega spannende Musik hier gerade. Ist ja auch mega spannend prinzipiell. Ach so. Oh Mann, ich will nicht Sachen mitnehmen. Oh, Bett. Kannst du das nicht? Oh, schlafen. Komm, leg dich ins Plätzchen. Mal ein bisschen schlafen. Äh, offline hier müssen wir, glaube ich, was machen. Oh Gott, ich glaube, ich gehe richtig gerade. Moment. Erstmal hier hoch. Oh, hier gibt es so ein... Ich habe ein Blueprint gefunden. Was? Wo? In der Box war ein Blueprint. Was ist die Box? Hier geht es hoch. Äh, ja, wir müssen aber zum Luftschacht hier. Puh. Oh, Alarm. Ich wusste es. Ich habe mal einen Gegner. Wir sind nicht ander-equipped. Glaube ich. Glaube ich auch nicht. Dann komm, hau mit drauf. Molly. Ich bin fast tot. Ich bin ganz tot. Cool, pot. Kannst nicht zu mir potten. Ich bin tot. Ja, hi. Cool. Wollen wir erst mal auf die Overworld zurück und ein bisschen erkunden? Ja, das fände ich, glaube ich, besser. Ja. Das ist so ein bisschen... Mission machen wir irgendwann. Auf zu deiner. Äh, gehen wir auf... Du willst auf meiner weitermachen? Okay. Alles klar. Nee, auf meiner. Deine haben wir ja schon erkundet. Na gut, wir sind da noch nicht ganz rechts. Ich glaube, wir gehen mal nach rechts. Ja, ich meine, jetzt sind wir da. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht gerade sterben. Dann können wir beim nächsten Mal hier die andere, meine Sache machen. Ja, oder die Questblätter oder so. Wir müssen eh Kupfer finden, von daher. Ich gucke jetzt mal eben, was es mit den Upgrade-Modulen auf sich hat im Moment. Hast du mal fackeln? Gerade nicht. Weiter, Manipulator-Modul. Au. Ich glaube, ich gehe mal rüber. Über den Berg. Habe ich überhaupt... Glücker. Fünfer. Das ist ja sehr, sehr der Hammer. Ich gehe doch durch. Wo findet man das Upgrade-Fenster davon? Ich gehe mal ganz kurz wieder aufs Schiff. Ich habe nämlich ein paar Upgrades zu machen. Auf dein Schiff? Ja, natürlich auf meins. Aha. Vielleicht wird meins ja hübscher, wenn man es... Die Idee war, dass meins vielleicht hübscher wird, wenn man es auch geupgradet. Nein, es geht um den Meta-Manipulator. Ach so, es wird nicht schöner oder schöner oder was? Oder was? Ob 6 Expansion-Slot. Was passiert denn, wenn es auch Upgrade ist? Wird es dann größer oder wie? Nein, es geht um das Tool zum Abbauen. Aha. So, ich habe jetzt gerade alles soweit Upgrade. Ich bin jetzt sehr... Ich kann jetzt Dinge abbauen. Die ganzen Männlichkeit, ich werde ich abgeben, damit ich meine es auch Upgrade oder... Die nächsten paar sind für dich, würde ich sagen. Im Ernstens ist es selbst gestiegen. Erstens, ich habe die gefunden. Zweitens, das war mein Schiff. Drittens. Unser. Es ist nur unser, wenn ich davon profitiere. Ja, sicher. Ja, so funktioniert der Kommunismus, oder? Ja, so funktioniert der Kommunismus, oder? Hast du denn nicht nach Russland geguckt? Oder China? Nein, da ist gerade Krieg in Russland. Nein, noch nicht, aber... Nein, nein, das war die Ukraine. Putin will ja jetzt Krieg machen. Das ist ja... Ah, da bin ich ja mal gespannt. Der Putin, der macht das. Wenn der Krieg will, dann soll er Krieg machen. Krieg mit Russland. Ich finde, da sollte sich... Ich finde, da sollte sich Deutschland auch bestimmt mit zu Russland anlegen. Weil wir haben ja bisher immer... Immer, wenn wir uns mit Russland angelegt haben, haben wir ja Hausfrucht gewonnen. Das ist ja... Es gab ja bisher nie Niederlagen gegen Russland. An der Stelle sage ich mal, wenn, dann nicht im Winter, Jungs. Nicht im Winter. War ja nie ein Problem, gegen Russland zu kämpfen. Aber keine Sorge, diesmal haben wir die USA auf unserer Seite. Und die haben McDonalds. Ja. Aber wir haben keine... Wir haben kein Militärgeld. Wir haben kein Zeug. Unsere Kampfhubschrauber. Wieso unsere Bundeswehr gegen... Äh... Im Kriegsfall... Ich glaube, das habe ich im Podcast schon öfters mal gesagt. Wenn wir in den Krieg ziehen, dann ist es das klassische... Wir haben Stöcke. Ja, wir haben Atomwaffen. Korrektur, wir haben kaputte Stöcke. Ja, ich gucke mich hier gerade um. Ich gehe gerade sehr tief. Das war wahrscheinlich eine Höhle drin, weil ich das ganze Zeug habe. Dann lass das doch. Ne. Wird ja auch gerade gekillt. Warum? Ich bin super stark mit dem Hammer. Gerade. Außerdem habe ich ein Arsch voll, ähm... Heel-Items. Also... Ich glaube, heute nach rechts, wie du gesagt hast. Ja, ich erkundige Höhlen. Rechts. Ja, so. Ich glaube, jetzt muss ich mich hochgraben. Auch so ziemlich eine Höhle gerade. Wir könnten uns jetzt gleich wieder treffen. Potenziell. Ich mache mich immer wieder nach oben. Wim zu sein. Ich grabe mich auch gerade nach oben. Ich weiß nicht, wie schön das für das Strieg ist. Oh Gott. Ich war fast im Sand. Oh, draußen ist Tag. Es gibt einen draußen. Ich bin schon so lange hier. Ich weiß gar nicht, was Sonnenlicht ist. So duster hier drin. Aber ich sehe das Sonnenlicht. Ich grabe mich steil darauf zu. Ich glaube, ich sehe auch Licht. Vielleicht. Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein herannahender Gehzug sein. Ich habe keine Weisheit für den Tag. Das klingt wie was, was die Partei auf dem Wahlplakat druckt. Nö. Doch, irgendwie schon. Bestimmt nicht. Ach nee, dann wäre da wahrscheinlich ein Joke über Deutsche Bahn mit dabei. Hm. Das schon eher. So, kommen wir endlich mal frei oder was? Sollen wir uns echt schon Schluss machen? Wir haben jetzt nicht mal zwei Stunden gespielt. Ja, Modi ist es. Ja, Kopfschmerzen nehme ich an, oder? Ja, es ist aber... Oder hast du deine Röder in den Bock? Die sind nicht mehr ganz so stark, aber die lassen langsam nach. Aber es ist auch Wochenende, ich habe eine anstrengende Woche hinter mir. Ich will nicht rummeckern, aber es ist doch irgendwie... Ja. Nein! Ich bin gerade in den Tod gefallen, Alter. Gut, dann soll ich wieder. Ohne zu sterben. Ich habe ein HP oder so. Ich lebe wieder. So halb. Ja. Was? Untertitelung des ZDF, 2020